Die müssen doch alle zu Hause eigentlich auch so eine Tupperdose haben, wo Montag bis Sonntag draufsteht und sollen doch da mal reingucken, was für Tabletten da gerade an dem Tag zu nehmen sind und sollen sie doch bitte mal nehmen. Den Irren zum Opfer gefallen. Im Gefängnis? Das muss man sich mal vorstellen. Das kann nicht euer Ernst sein, oder? Und ihr habt ihn eingesperrt. Hallo liebe Bootsfahrer, liebe Bootsfahrerinnen, liebe Landratten, liebe Umweltaktivisten und Umweltaktivistinnen. Heute wird es nicht so lustig. Ja, was ist passiert? Kapitän Paul Watson sitzt im Gefängnis. Der Umweltaktivist schlechthin. Er ist kanadischer Hochschullehrer, Gründer von der Organisation Sea Shepherd. Das wird wohl den einen oder anderen ein Begriff sein. Er war Protagonist der Serie Whale Wars, Krieg den Walfängern. Und ja, jetzt solltet ihr vielleicht bei dem einen oder anderen Klick machen, woher ihr Paul Watson kennt. Ziel dieses Videos ist es, euch einfach mal die Hintergründe aufzuzeigen, worum es hier eigentlich geht, was da gerade passiert und wie ernst doch die ganze Geschichte ist und was wir vielleicht tun können, damit alles sich vielleicht noch zum Guten wendet und er mit einem blauen Auge davon kommt. Jetzt ein paar Hintergründe zu Paul Watson. Paul Watson war vor der Gründung von Sea Shepherd bei Greenpeace. Ja, und es gab 1977 ein Protest gegen die Robbenfänger vor Kanada auf dem kanadischen Eis. Und da hat Paul Watson von diesem Robbenjäger einfach mal die Knüppel, womit sie die armen Tiere niedergeschlagen haben. Und das ist denen ja auch egal, ob das eine Mutter ist mit ihrer Babyrobbe oder egal was. Hauptsache, man kann halt Robben töten, so scheint es mir. Naja, auf jeden Fall hat er von dem Robbenfänger, oder ja, genau, von dem Robbenfänger, es klingt noch viel zu nett, hat er den Knüppel ins Wasser geschmissen und auch sämtliche Fälle. Daraufhin so hören, sagen und wie man es liest, ist es intern von Greenpeace zu einem Streit gekommen zwischen Paul Watson und der Organisation, woraufhin er dann Greenpeace verlassen hat, weil er ganz einfach gesagt hat, das ist mir alles zu wischiwaschi und nur mit gut reden kommen wir hier nicht weiter, sondern man muss auch einfach ein bisschen aktiv werden, ja, und hat er dann halt Greenpeace verlassen und hat dann die Organisation Sea Shepherd gegründet. Ja, und was macht und wofür steht eigentlich Sea Shepherd? Sea Shepherd steht dafür, gegen die Ausbeutung von Meereslebewesen zu kämpfen. Ja, und im Gegensatz zu moderateren Umweltaktivisten griff dann Kapitän Paul Watson zu aggressiveren Mitteln und rammte zum Beispiel unerlaubte Walfischfangflotten oder Fischfangflotten, die ja halt unerlaubt fischten oder bewarf dann die Schiffe und letztendlich auch das, was sie gefangen hatten, mit Buttersäurepäckchen, worauf oder wodurch dann der gefangene Fisch dann ungenießbar wurde. Was ihnen halt sehr, sehr wichtig war bei den ganzen Aktionen und für ihn eigentlich auch immer mit an oberster Stelle stand, dass kein Menschenleben gefährdet wird durch die Aktion, die er da gefahren hat. Naja, okay, jetzt kann man natürlich, ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn ich natürlich irgendwo andere Schiffe ramme, dann ist es schon so, ja, da ist es nicht auszuschließen, dass da dann jemandem irgendwie was an Bord passiert, dass der sich vielleicht heftig den Kopf stößt mit einer Platzwunde oder dass ich sogar das ganze Schiff versenke und da kommen Menschen dann um. Das kann passieren und da kann er sich natürlich auch nicht von freisprechen. Aber dennoch hat er diesem Credo immer beigepflichtet und es sieht auch so aus, als ob er das eingehalten hat, weil mir ist nicht bekannt, dass er ein Menschenleben auf dem Gewissen hat. Ja, mit den Japanern hatte er es wohl ziemlich übel sogar, weil es gab 1982 oder seit 1982 ein Gesetz, das besagt, dass das kommerzielle Fangen von Wahlen verboten ist weltweit. Machen wir uns auch nichts vor. Wir Menschen, wir brauchen zum Überleben alles andere, aber bestimmt kein Walfleisch oder Wahlprodukte. Ja, warum das in den asiatischen Märkten immer noch so gefragt ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Müsste man vielleicht recherchieren, habe ich aber an der Stelle nicht. Ganz im Gegenteil, man hat auch Walfischfleisch untersucht und hat sogar festgestellt, dass das sogar schwer belastet ist, dieses Fleisch, und eigentlich nicht für den bedenkenlosen Verzehr geeignet ist. Also selbst Walfischfleisch macht auf dem Speiseplan von uns Menschen null Sinn, gar nicht. Ja nun, und er hat sich halt immer auf dieses Gesetz berufen und hat gesagt, so seit 1982, liebe Freunde, ist der kommerzielle Fangen von Wahlen verboten und dementsprechend handele ich hier nicht gesetzeswidrig oder gesetzesuntreu. Damit kann man bis jetzt durch. Ja, und die Sea Shepherd Vereinigung versenkte im isländischen Hafen dann zwei Walfischfangboote. Ja, verrückte Welt, das kannst du dir nicht ausdenken. Und 2010 befreite Paul Watson 800 Blauflossen Thunfische, die illegal gefangen wurden. Und jetzt hat es die Firma, ich sage jetzt den Namen hier nicht, jetzt hat es die Firma dreisterweise sogar noch fertiggebracht und hat Paul Watson und Sea Shepherd versucht zu verklagen auf einen Schadensersatz von 1 Million Euro. Zum Glück wurde die Klage abgewiesen und das ganze Spielchen hat sich rumgedreht. Die Firma, die die Blauflossen Thunfische gefangen hatte, illegal, musste an Sea Shepherd 250.000 Euro zahlen. Ja, das nenne ich doch mal einen großen und erfolgreichen Sieg. Ja, und 2008 in den antarktischen Gewässern spielte sich dann wirklich was Dramatisches ab. Da war er wieder mit seinem Schiff unterwegs, um japanische Walfischfänger aufzuhalten. Und es kam zu einer aggressiven Konfrontation beider Seiten. Die Japaner schmissen Rauchgranaten rüber und Blendgranaten, sowie auch, so sagt man, Rauchgasgranaten. Sea Shepherd hat dann angefangen, Buttersäurepäckchen und Flaschen aufs Schiff zu schmeißen. Und dann passierte es wohl, dass auf den Kapitän Paul Watson geschossen wurde und das Projektil steckte in der Kevlarweste wohl fest. Gott sei Dank hatte er eine schusssichere Weste an. Und Japan bestreitet so der Dokumentation, wie man sie im Netz findet, bis heute jeglichen Vorwurf. Und es wurde wohl nie scharf geschossen. Tja, das kann man jetzt einfach erstmal so stehen lassen. Aber worauf ich hinaus will, ist, ihr merkt so langsam, dass er es immer mit den Japanern hatte und so. Und da kommen wir nämlich jetzt gleich zu, warum das so ist und wie sich das jetzt verhält in dem jetzigen aktuellen Fall. Wir schwenken mal ganz kurz rüber zu den Ferroer-Inseln. Da sind sie, die Ferroer-Inseln, sind links neben Norwegen und ein bisschen weiter runter ist England. Jedes Jahr werden im dänischen Protektorat Ferroer auf den Ferroer-Inseln bis zu 1000 Grindwale getötet und andere Kleinsäuger. Ja, auf ihren Wanderrouten werden die gejagt und brutal getötet. Diese Praxis ist bekannt als Grindardrab oder Grind. Die Ferringer berufen sich hier auf eine alte Tradition, die alte Tradition der Wikinger. Die Wikinger, da habe ich auch ein bisschen das Nachsehen, die haben das gemacht und haben Wale getötet, um über den Winter zu kommen. Die brauchten das Fleisch, die brauchten das Walfett für ihre, unter anderem ihre Lampen, um Öllampen betreiben zu können, etc. Also die haben, weiß Gott, alles Mögliche von den Walen verwendet, was sie nur verwenden konnten. Und da ging es einfach ums Überleben und um kalte Winter zu überstehen. Ich behaupte mal, die Ferringer haben das garantiert, auf den Ferroer-Inseln heutzutage nicht mehr nötig, noch Wale zu töten. Und ich frage mich auch wirklich allen Ernstes, die müssen doch alle zu Hause eigentlich auch so eine Tupperdose haben, wo Montag bis Sonntag draufsteht und sollen doch da mal reingucken, was für Tabletten da gerade an dem Tag zu nehmen sind. Und sollen sie doch bitte mal nehmen. Also in der heutigen Zeit so etwas Grausames, Bestialisches noch zu veranstalten, das ist also, ich habe da keine Worte mehr für. Und ich feiere dann solche Organisationen wie Sea Shepherd, die da massiv gegen vorgehen, weil das muss nicht sein. Und das ist einfach nur, ja, abscheulich. Ja, man muss sich einfach vorstellen, dass wenn die armen Wale da in die Buchten getrieben werden, das sind ganze Walschulen, das sind ganze Walfamilien, da wird vielleicht eine ganze Generation mit einmal ausgelöscht von Wissen, was die Wale sich untereinander weitergeben, das existiert dann plötzlich nicht mehr. Also ganze Walfamilien sind dann auf einmal den Irren zum Opfer gefallen. Ja, und dieser Prozess kann teilweise über mehrere Stunden dauern und ist für die Tiere mit extrem viel Stress und Leid verbunden. Traurig, traurig. Schämt euch, Ferringer, kann ich da nur sagen. Also das ist keine Glanzleistung, sondern eher peinlich und ich hätte euch für schlauer gehalten. Aber das ist schon traurig. Ja, und dadurch, dass die Ferroirinseln, ja, das Protektorat, von Dänemark sind oder zu Dänemark gehören quasi und damit verflochten sind, ja, ist da Dänemark so ein bisschen auch mit im Spiel, ne? Liebe Dänen, konnte euch bis jetzt immer gut leiden, aber hier hört es jetzt auch echt langsam auf, ne? So, ja, genau. Wir kamen nochmal zurück zu dem, dass Kapitän Paul Watson auch extrem und entschieden vorgegangen ist mit den japanischen Walfischfängern und den Walfischfangflotten und er dann in Grönland auch zwei Walfischfangschiffe versenkt hat. Sind die Japaner nicht gut zu sprechen auf ihn und haben einfach mal eine Red Notice losgeschenkt. Red Notice heißt, dass er eingestuft wird als Gefahr für Japan, als aggressiver Umweltaktivist. Und Red Notice heißt letztendlich, er wird gesucht und ein Haftbefehl liegt quasi gegen ihn vor. Also eine gleichzusetzen. Ja, und Kapitän Watson wurde Mitte 2024 in der grönländischen Hauptstadt Nuuk aufgrund der Red Notice aus Japan festgenommen. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Mann, der kämpft, dass das größte Naturschutzgebiet oder das größte natürliche Gebiet auf der Erde erhalten bleibt, dass die Meeressäugetiere erhalten bleiben, weil man darf nicht vergessen, Wale sind unendlich wichtig für unser Ökosystem. Wale fressen nicht nur den ganzen Grill und so, sondern Wale haben auch Ausscheidungen. Und das, was die im Wasser wieder abgeben, sind extrem viele Nährstoffe für andere Wassertiere, Wasserpflanzen etc. Das heißt, wenn die Wale von der Erdoberfläche verschwinden würden, hätte das garantiert massiver Auswirkungen auf den Fortbestand diverser Tierarten und diverser Abläufe, die seit Millionen von Jahren bei uns in den Meeren so vorhanden sind und es gibt. Das heißt, Kapitän Paul Watson kämpft für jeden Einzelnen von uns. Für mich, für dich, für die Tante, den Onkel, den Cousin, die Cousine etc. Völlig egal, wie schlecht wir sind oder wie gut wir sind. Er kämpft für jeden Einzelnen von uns. Jeder dritte Atemzug, den wir tätigen, kommt aus dem Meer. Das ist einfach ganz wichtig, einfach mal zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und es gibt Gesetze in Deutschland, wo er ganz einfach sagt, Quatsch, es gibt Gesetze weltweit für den Naturschutz und wo er ganz einfach sagt, ich kämpfe gegen die Verbrecher, die internationale Gesetze brechen. Und er landet dafür selber im Gefängnis. Und das hat Dänemark möglich gemacht. Dänemark hat ihn festgenommen. Und er sitzt jetzt auch immer noch in Grönland im Gefängnis und wartet dort bis zum 5. September. Und am 5. September entscheidet sich, ob er ausgeliefert wird nach Japan, um dass die Japaner ihm den Prozess machen können. Also wenn das passiert, blühen ihm locker 10 Jahre Haft. Und jetzt nochmal mein Appell an Dänemark. Das kann nicht euer Ernst sein, oder? Ein Mensch, der für uns alle kämpft, für alle Lebewesen oder beziehungsweise für die Meereslebewesen hauptsächlich, für den Erhalt vor allen Dingen. Der sitzt im Gefängnis. Danke Dänemark. Aber ich weiß jetzt schon mal, wo ich nicht mehr hinfahren werde. Weil was will man auch in Dänemark? Dänemark ist sowieso langweilig. Der Hund begraben ist sowieso nichts los dort. Keine Worte mehr für. Was gibt es noch zu sagen? Paul Watson hat Fußspuren hinterlassen. Ich muss es mal gerade ablesen, weil das kann ich mir nicht alles merken. So steht es hier zum Beispiel geschrieben, dass der kanadische Schriftsteller Farley Mowat Kapitän Watson als den entschlossensten und effektivsten Schützer der Meerestiere bezeichnete. The Time Magazine ernannte ihn zusammen mit Robert Hunter im Jahre 2000 zum Helden des 20. Jahrhunderts. Die britische Zeitung The Independent betitelte Watson unter den Verteidigern der Erde zu den 10 wichtigsten Öko-Kriegern. Und The Guardian wählte Watson zu den 50 Menschen, welche den Planeten retten können. Und ihr habt ihn eingesperrt. Glanzleistung. Ja, ganz so viel können wir hier jetzt nicht tun. Ja, ist auch nicht richtig. Doch, wir können was tun. Und es ist eigentlich schon viel, wenn wir das tun, weil wir tragen es raus in die Welt. Ich habe es hier unter dem Video auch verlinkt. Und zwar die paulwatsonfoundation.org. Da habe ich auch die ganzen Bilder her, die ihr hier im Hintergrund seht. Oder diesen kleinen Filmausschnitt. Da gibt es auch die Petition, die ihr unterzeichnen könnt. Bis jetzt wurden schon 88.600 Unterschriften geleistet, wo es darum geht, dass er freigelassen wird. Dass er freigelassen wird und dass er nicht nach Japan abgeschoben wird. Ja, und ihr könnt gucken auf dieser Seite paulwatsonfoundation.org. Da findet ihr auch Bildmaterial, was ihr dann auch in euren Social Media Kanälen benutzen könnt und benutzen sollt, um darauf hinzuweisen, was hier gerade eigentlich abgeht und was hier eigentlich gerade los ist. Und dass hier ein sehr, sehr wichtiger Mensch für uns, der für uns gekämpft hat und eigentlich auch sein eigenes Leben jedes Mal mit aufs Spiel gesetzt hat, hier im Gefängnis sitzt und das nicht sein darf und er wieder freikommen muss. Ja, bitter, bitter. Ja, bitter.